Ich geh halt ein bisschen so los und mach dann, ja. In Vietnam läuft's richtig gut. Nice. Direkt ne Nuke-Runde. Cool. Und ich hab Packet los. Ja. Ja, ich krieg die volle Breitseite Karma. Ja. Aber da will er sich noch mal kaufen mit 10 Sub-Strips. Wow. Um irgendwie die VPN-Lobby zu spielen, um dann Tirok allein zu lassen. Ich hab Tirok nicht für Warzone 2 verkauft, Mann! Ich hab Tirok, wenn ich ihn verkauft habe, hab ich ihn für Gym verkauft. Ich hab in der Audio gesagt, dass wenn er das Fest jetzt eingeplant hat und jetzt nichts anderes mehr machen kann, dann geh ich mit ihm rein und geh nicht ins Gym. Hab ich sogar gesagt. Er hat ihn für Gym verkauft, Chat, jetzt hab das gehört. Ich hab ihn in der Audio angeboten. Jetzt hat er ihn auch noch für Gym verkauft. Ja, ich lass die 3, er wirst du fein. Fick dich. Nehm ich dir nicht mit. Ja, und jetzt verarscht er den nächsten Freund. Cool. Ja. Jetzt schließt er komplett um sich. Babylade. Nice. Oh. Ich hab mir unten nichts getan und jetzt fickt er mich auch noch. In der Kreise, Ficker. In der Kreise, Ficker. Cool. Und da hast du ihn gefunden, weil es gutes Karma ist. Weil es gutes Karma ist, Chat. Nee, nee. Weil es gutes Karma ist. Nee, nee. Jetzt hat er den Streamtitel... Nein, er hat grad ne Tränen dagelassen beim Streamtitel ändern. Ich kann's nicht mehr. Jetzt heißt es SF. Solo Pfeife. Nein, Solo Pfeife und Solos. Was war's? Nein. Was ist die Solo Pfeife? Du würdest da mit ihm Fallgeist ohne Pfeife zocken können. Und da könnt ihr jetzt T-Roc fragen. Da könnt ihr jetzt T-Roc fragen. Und das würde er euch genauso beantworten. Ja. Wie das nächstes mal Karma. Wie das da bubbelt. Von Twisted. Das würde er euch genauso beantworten. Pfeife, Fallgeist. Oder Fallgeist allgemein. Ich darf erst ab nächstes mal noch in die Bälle. Wenn wir fangen. Wir spielen auf WP-RN, ja. Wir spielen auf WP-RN. Kämpfe für deinen Wiedereinstieg. Das hat er nicht verdient, ja. Seh ich auch so. Ja. Das hat er nicht verdient. Das hat er auch nicht verdient. Nee, hat er nicht. Er hat nicht mein schlechtes Gewissen. Ich bin nicht überzeugt. Ja. Ja. Schaut ab. Wollts wahrscheinlich mal loot sein? Tötet hier. Tötet für euch. Ich frag ihn. Ich frag ihn. Ich frag ihn, ob Fallgeist ohne Pfeife etwas wäre. Ist es nicht. Jetzt schieb das da drauf. Ich fass es nicht. Ich hab ein Dickhelm. Dickhelm! Komm her, du Dickhelm! Ja. 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 Da bin ich. Ja. Und das erste wurde genommen. Genau bei dir. Genau bei uns. What? Der hat's heil so angenommen. Der hat's heil so angenommen. Die wollen dann save den Strongholdier machen. Ich entschärfe den. Ich entschärfe den. Entschärfe den Schinken, Digga. Mach Cluster-Miner. Platziere Cluster-Miner. Ne, die fahren weg. Die fahren... Ne. Keiner was die machen. Die machen auf jeden Fall alles falsch. Also die werden... Die haben wieder gar keinen Plan. Also... Ja. Einer's lockt. Ah ne. Es sind Bots. Hat nichts gesagt. Jo. Nice. Hier sind drei Westen. Hey, was machen die da? Es gibt gar keinen Sinn, was die da machen. Panzerung abgelenken. Watt, hat die sich schon bewegt? Ja, ein bisschen. Ein bisschen hat sich bewegt. Nein, ein bisschen hat sich bewegt. Ja, aber jetzt ist die geglitscht, glaub ich. Nein, imagine. Lass hin, lass gucken, ob die geglitscht haben. Safe call sogar. Safe call. Glaubst du echt? Die sind auch wie beim Auto weggefahren, stimmt. Ja, die sind auch beim Auto weggefahren. Ja. Hier, ich kann Drohner machen. Wer ist da nicht drin? Ja. Ah, da ist einer drin, perfekt. Da ist einer drin, der beschützt uns die ganze Zeit, hab ich nicht gesagt. Ja, ja, aber die Krone müsste ja... Ja, ja. Oder die haben's abgelegt, das kann auch sein, aber das glaub ich nicht. Nee, nee, das ist keine Krone, dann steht da BE. Echt? Ja. Boah, dann glitschen... Wie? Chat weiß irgendjemand, wie der Glitsch geht, schreibt's bitte nicht in Chat, aber... Ja, da ist nämlich das Element, die Elementbox... Ja. Ja, genau, genau, genau. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, die jagen wir jetzt. Ja, ja. Ich schwör, solche Leute... Boah, wie viele Leute glitschen, das ist Wahnsinn, ne? Wie geht denn das überhaupt? Ja. Also ich will's nicht machen, aber ich... Weißt du es? Du brauchst nur Gegner dafür, du musst gedownt werden dafür. Ah, okay, okay, okay. Ja, oder du bringst es selbst so mit Zemtex oder so, oder? Geht aber schon auf. Nee, ich glaub, du brauchst einen Gegner, der dich hinhockt dafür. Okay. In dem blauen Haus. Hä, und wie machen die das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber das ist das, was ich gehört habe. Ist ein Sweater bei mir? Nein, nein, das ist das Team. Ja, das sind die, das ist das Team. Nein, 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 nein. Ja, mit Schilds hinter die One. Da kommen noch zwei rein, PC. Hier, hier, hier. Einer ist Noct, zwei Noct. Wow, die haben schon alles. Ja, ja, aber das sind die trotzdem. Einer von denen war weg, wahrscheinlich. Nee, sind die nicht, glaub ich. Ich hab alle. Vielleicht machen die das aus Versehen oder unbewusst, niemals. Das machen die regelmäßig seit einigen Tagen. Ja. Das machen die nicht unbewusst. Ausbruch. Ja, ich bin eh wieder da. Ja, keine Chance, Bro. Das sind so Sweater. Warum sind das so Sweater? Ja, das sind die, Digga. Oh, oh. Sind die nicht, wirklich nicht. Die sind mit dem LTV irgendwie weggefahren. Das hab ich noch gesehen. Die sind mit dem LTV irgendwo umgefahren. Die werden am Rand der Map chillen. Nadeck, denk schon, follow Mario. Hier ist ein Auto. Hier sind zwei Autos, die untereinander fahren. Ja, das sind die hier. Ja, ja, das sind die. Das sind safe, das sind safe. Die sind aber auch bei Hydro. Du musst nur die Reifen kaputt schießen, Bro. Du musst nur die Reifen kaputt schießen, Bro. Du musst nur die Reifen kaputt schießen, Bro. Du musst nur die Reifen kaputt schießen. Ich bin am Himmel, Diggy. Achso. Ich bin doch gestorben. Naja. Aber glaub, sie sind so nah an dem Element, das ist doch dumm. Das sind die, also die fahren da mit zwei Autos rum. Ja, das müssen die eigentlich sein. 100%. Boah, ich land da. Ich land hier und probier denen die Reifen kaputt schießen. Ja. Boah, das sind Loser, die glitschen. Hä? Warum will man denn ein glitschte Nuke haben? Das bringt doch gar nichts. Also doch, es bringt den Skin, aber das ist halt über boring. Hä? Die sind bei der Tanke, ne? Ich hab einen von den One-Shot. Nice. Ist nicht ganz so nice. Kannst du weg? Kannst du mich kaufen? Kannst du mich kaufen? Haben die an? Was war das? Haben die an? Bitte nicht. Die haben an, Bro. Die haben an. Nein, Digga. Kann ich sein. Die haben an, doch. Schon wieder Glitscher, glitschende Nuke, Leute, die anhaben. Nein, das sind die von heute Morgen. Das sind genau dieselben, Bro. Das sind genau dieselben, Digga. Willst du den zugucken oder können wir rausgehen? Kannst du schon? Ah, okay. Also nicht für Video, aber. Ja, okay. Das sind genau dieselben von mir heute Morgen, ne? So, Escape und G kann man melden. Ja, ist Lüge. Ticker, ist doch ne Lüge. Ah, kann man wirklich, also das war jetzt Lucky, dass es jetzt Gladen hat, aber du kannst sie wirklich melden. Wie heißen die? Kannst du mir gut sagen? EA Miss... Okay, die erste vier, die erste vier. Ja, die ersten vier. Man kann die ja alle gleichzeitig auswählen, ne? Hm. Bro, die zocken, die campen den ganzen Tag. Was ist das gesendet? Die hacken den ganzen Tag rum, ne? Ah, hab ich schon. Unterwegs. Die hacken jetzt schon seit sieben oder acht Stunden, ja? Seit acht Stunden machen die das schon. Ja, ja. Erstens. Und sind immer noch nicht gebannt. Wie kann das sein? Ja. Und die haben Full-Aim-Bots. Komplett Full-Aim-Bots. Hä? Hä? Nein, Digga! Nein! Die? Die Teamen! Die Teamen! Damit die den Glitch haben, Bro! Die lassen sich Stream snipen, die suchen gleichzeitig... Stimmt! Damit der Glitch kommt, lassen sich Stream snipen. Nein! Die sind also zu fünft quasi. Ich kann das nicht mehr. Der andere fährt das Auto. Ja. Der fünfte fährt das Auto. Ja. Ihr seid solche Cringe-Lappen, Digga. Welcher Glitch, dass die Krone einfach an dem Spot angezeigt wird, bevor man die aufnimmt. Was? Jetzt hab ich alles gesehen, Digga. Schön, irgendeiner von diesen vier Leuten hier hat safe 100 Euro bezahlt, damit sie diesen Nuke-Skin bekommen. Und dann machen die das jetzt den ganzen Tag. Verdienen die 100 Euro. Das ist so geisteskrank. Also dieses Spiel ist leider einfach für eine Arschakte. Aber warte mal. Ich hatte die heute Morgen in der Lobby, als ich die falsche VPN benutzt habe. Ehrlich? Ja, da hab ich nicht Battlenet neu gestartet. Okay. Das ist alles komisch, ne? Das ist einfach alles komisch. Ja. Zweimal eine Lobby. Zweimal. Das ist so lächerlich, bro. Die fahren jetzt die ganze Zeit mit LTVs rum und wollen die Leute einfach einboten. Ja. Und die Nuke zünden sie dann, wenn der Nuke-Spot halt da ist. Ja. Ihr müsst euch grad vorstellen, Chat, die haben grad alle Elemente bei sich. Aber es ist denen einfach egal, weil man die Krone halt nicht sieht. Na. Warte mal, kriegen die überhaupt Schaden? Warte mal, kriegt der irgendein Schaden grad die ganze Zeit? Nee. 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 Aber keine Ahnung, wo die das Element dann haben. Dann haben die es irgendwo versteckt halt, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber die despawn. Echt? Mhm, die können despawn. Oder die haben... Hallo? Die A kann unendlich rutschen. Echt? Ja. Habt ihr's grad gesehen, Chat? Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. What? Was? Das hab ich aber schon mal gesehen, das hat immer bei TikTok der Leifahrt das mal gemacht. Ja, ey, komm, da haben wir's live. Ja, Bro, ich glaub, der hat sogar, ähm, dass er keinen Schaden kriegen kann. Maybe. Ja, ja, safe. Ja, ist auch ein Cheat. Ich kann das nicht mehr. Da spielen wir hier im Game, jetzt mal ganz ehrlich. Die cheaten, die cheaten, alles was sie können, ne? Das Geisteskrank. Sagt der Fahrer hier, Ilun oder so, der hat wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich der einzige, der nicht cheatet, weißt du? Ja. Und der ist dann nicht nur so gekauft, da. Die haben offiziell alles an. Das ist so geisteskrank. Das wird hier, das wird, das wird doch ein Upload. Scheiß drauf. Ja. Also das muss man ja, das muss man den Leuten einfach nochmal zeigen, wie geisteskrank Leute drauf sind. Das Wahnsinn. Was machen die jetzt? Die haben ja irgendeinen Plan. Die haben das Schiff markiert. Die A schwimmt jetzt zu diesem Schiff. Nein. Haben die da die ganzen Elemente abgelegt? Schaukel, Schaukel, Schaukel. Wenn da jetzt alle Elemente sind. Wieso? Er lootet da jetzt. Er macht aber nicht mehr dieses Rutschen, ne? Ne. Ich gleich wieder. Hier ist ein Loadout. Loadout, okay. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Doppel-LMG. Damit er so viel schießen kann, wie er kann. Ja. Wie möglich. Weil er halt einfach A-Board hat. Ja. Geil. So, Schaukel, ihr seht es nach wie vor. Und auch fürs YouTube-Video. Die Krone ist nach wie vor hier angezeigt. Deswegen hat man auch keine Probleme mit diesem Glitch in Nuke zu machen. Weil das einzig richtig schwierige an der Nuke ist, dass du gesehen wirst die ganze Zeit. Hm. Und wenn du das nicht hast, kannst du ja eigentlich ganz easy warten, alle drei Sachen platzieren und einfach die Nuke zünden. Fertig. Bro, die haben Aim-Bots. Die haben Aim-Bots. Spiel zu fünf. Alles. Haben Wall-Hack. Glitchen aber auch noch zusätzlich, weil sie sich nicht trauen, nur mit Aim-Bot diese Nuke zu machen. Ja. Und die machen das seit acht Stunden. Ja. Die machen das schon seit heute Morgen. Ich bin denen heute Morgen schon mal begegnet. Das ist so geil. Also ich sag dir ehrlich, Season 2 muss auf diese andere Art und Weise rein schallern. Ja. Sonst ist die aber ganz schnell vorbei. Ja. Und die lassen sich auch noch Stream snipen. Also sie suchen auch noch gleichzeitig, damit sie zu 15, Digga. Damit sie diesen Glitch machen können. Weil sie sich von dem Gegner genossen werden müssen. Das sind Leute, die sitzen da zu Hause und denken sich, oh jetzt mach ich das fette Money. Jetzt betrüge ich im Internet. Geil. Ich kann es nicht mehr, Digga, was ich hier gerade erlebe, ne. Die werden jetzt gleich absolut auf den Bombspot fahren und sofort die Nuke zünden. Ja. Ja. Vielleicht bieten sie den Nuke-Skin zum Kaufmann. Ja, sage ich ja. Safe, safe. Machen sie safe. Stimmt. Ziemlich sicher. Schau mal kurz, ob diese Eilun an hat. Wahrscheinlich nicht, ne. Ich habe alle für Cheating Reportet, weil es alles... Ja, ne, natürlich. Ich habe auch alle. Aber ich meine, ich will sehen, ob... Vielleicht ist das der Käufer, weißt du? Mhm. Der hat einen Kill. Guck mal seine Waffe an. Ganz, ganz falsch. Irgend so eine Tuck-V mit... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, der fährt die ganze Zeit jetzt. Ja. Ich wette, das ist der einzige, der von denen nicht anhat und der sich diesen Nuke-Skin gekauft hat. Guck der doch nicht diesen CDL-Skin, der den Standard-Skin, siehst du es? Ja, Standard-Skin. Na. Alle an diesen CDL-Skin von denen außer, äh... Ja. Der CDL-Skin auch safe, aber er Glitch, Digga, das ist nicht deren Main-Accounts. Ja. Naja. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ja, der fährt die ganze Zeit, damit die hacken können. Ja. Kannst du Spieler wechseln, das geht bei mir nicht, wenn... Ja, geht, geht. Echt? Dann ist das nicht bei mir. Ja. Die aimbotten sogar die Boards, Digga. Wieso kann ich nicht Dings wechseln? Ich bin wirklich... Also ich bin wirklich geschockt, Bro. Ja. Wow. Wow. Ja, nice. Du musst mal wie bei diesem EA schauen, das ist so geil, wie er den gerade gebumst hat. Naja, ich sage diese Eilu noch nicht an. Ich fange aus in Rot, weil die sich haben Stream snipen lassen, weil dieser Glitch nur geht, wenn du genockt wirst von einem Gegner, dass die Krone da angezeigt wird an einem Ort. Und deswegen haben die sich Stream snipen lassen, damit die die Krone verglitschen können und der andere fährt jetzt von denen das Auto mit. Was? Das sind die... Das sind die... Das sind die... Lacher... Lacherhaftigsten Spieler, die ich je gesehen habe. Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass dieser Eilu diesen Skin gekauft hat. Der hat nämlich glaube ich nicht an. Okay. Und unendlich Muni auch. Das kannst du nicht wissen. Wer hat auch noch Muni gelootet, das weißt du nicht. Aber es kann natürlich sein, ja. Ich meine, die können unendlich sliden, Bro. Also... Naja, die haben alles, die haben alles egal. Nice. Nice, nice, nice. Bro, ich hab... Solche Sachen machen mich immer traurig. Ich hab keine Ahnung, was diese Sesselvortranner machen, ne. Auf jeden Fall nicht arbeiten. Ja, er hat den... Bro, er hat den perfekt eingestellten Hack der EA. Naja. Hast du das gerade gesehen? Nee, ich hab grad gemeldet nochmal. Er hat gerade jemanden auf 500 Meter aus der Luft komplett gelasert. Ja. Ich weiß, was ich dazu sagen soll, Digga. Also Warsons in so einem scheiß Zustand, ne. Wow. Es ist... Es ist im Warson 1 schlimmen Zustand. Ja, ja. Frank. Weißt du, wir... 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 Wir sweaten uns da den Arsch auf. Um da irgendwie ne Nuke zu zünden. Und die machen sowas, Digga. Mhm. Verliert wieder die ganze Challenge irgendwie auch an Spaß. Ja. Weil jetzt... Deswegen läuft auch jeder... Guck mal, die sind auch direkt an dem Spot, ne. Deswegen läuft auch jeder mit Nuke-Skin rum. Weil die Leute das einfach kaufen. Und sich das von irgendwelchen Dudis erhacken lassen. Ja, hier. Der ist schon am platzieren. Naja. Nee, warte mal. Geht gar nichts, das hat platziert, oder? Doch. Komm schon. Warte mal. Aber der Einzelne hat die Atomwurm gemacht. Nee, nee, nee. Achso, ja. Doch, doch. Stimmt. Der Einzelne hat die Atomwurm gemacht. Ah! Ah! Ja! Was? Wie bitte? Aber wie konnte das Knockfinish sein? Wenn das Auto explodiert, dann geht es. Wenn es mit dem Auto passiert. Ja, guck mal, jetzt sind unendlich Sliden, ne. Hier, guck mal. Digga, jetzt ist der Typ alleine. Bitte entschärft. Dann schenkt der Solo auch, Digga. Bitte entschärft er jetzt. Bitte entschärft jetzt jemand, bitte. Jetzt guckt euch dieses Gulag an. Das wird so eklig werden, ne. Ja. Ja, er slidet einfach nur rum. Er slidet einfach die ganze Gulag. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das weglhaft. Bitte schaffen sie es nicht. Bitte schaffen sie es nicht. Dann haben die zu 4, dem die Nuke erglitscht, oder? Ja, anscheinend. Der ist Solo rein gecued. Ja, wie ging denn das? Ich weiß nicht, Digga. Ja! Ja, ja. 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 Ja! Er hat ihn genockt am... Na, er hat ihn an der Bombe... Er hat ihn an der Bombe genockt, naja. Ja, und der Potz schießt auch... Oh mein Gott. Naja, mit Pistole. Einfach nur drauf. Na, so dass halt keiner entschärfen kann, ne. Ja. Ja, er loot ist in der Wand. Er hat nur einen Schuss, er hat nur einen Schuss, er hat nur einen Schuss. Ja, bitte. Jetzt will er mit Shotgun schießen. Ja! 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 Kleiner Opfer, Digga. Ja! Ja, sie quitten, sie quitten, sie quitten, Digga, ihr scheiß Loser, Digga, jawohl, oh mein Gott, ist das geil, ist das geil, oh mein Gott, ihr scheiß Loser, ihr seid solche Loser, Digga, so sauer, so sauer. Und kommentieren nicht vergessen, das ist ja das beste Hammer, was ein geiles Ende, zum Glück sind wir drin geblieben. Bro, imagine, der gibt jetzt Geld dafür aus, dass er Nuketrike kauft und dann fällt Kacken in die Loser das auch noch so, ist das geil, ist das Hammer, Digga.